Hallo, ich bin Sherry Heiberg und ich hoste this week's Loremakers Guide to the Galaxy. Das Oberon-System. Da wird der Sawyer etwas traurig sein, denn das ist eigentlich sein Heimatsystem von Rob Sawyer. Das Oberon-System wurde 2356 entdeckt, gehört nicht zu UEE oder sonstigen Bewohnern, ist quasi damit unclaimed. Und eigentlich sollte man denken, dass es strategisch sehr günstig liegt für eine Besiedlung, da die vier Jump Points halt eine perfekte Lage bieten. Doch durch den Neutronenstern im Zentrum ist das eigentlich unmöglich, dort zu leben. Ja, weil ein Terraforming fast unmöglich scheint. Eigentlich bildet dieses System eine ideale Pufferzone zwischen UEE und Vanduul-Raum. Doch wie sollte es anders sein? Die Vanduul haben des Öfteren schon Uriel angegriffen, was sehr problematisch wurde. Dann fangen wir mal mit dem Zentralstern an. Es ist der kleinste und massereichste Stern im Universum. Es handelt sich hierbei um einen Neutronenstern. Dieser, und jetzt aufgepasst, das ist nämlich sehr interessant, hat bei einem Radius von 11 Kilometern immerhin die doppelte Dichte unserer Sonne. Also wenn ihr euch unsere Sonne vorstellt, sie hat einen Radius von 600.000 Kilometern. Und dieser kleine Stern hat eben nur einen 11-Kilometer-Radius. Dabei aber die doppelte Dichte. Ansonsten formiert wurde er durch eine Supernova, zeichnet sich aus durch sehr hohe Gravitation, hat so gut wie keine Leuchtkraft und ist sehr heiß. Ansonsten gibt es so gut wie keine habitale Zone. Das heißt, menschliches Leben scheint hierauf sehr schwierig. Aber wie wir Menschen so sind, wir besiedeln trotzdem die Planeten. Und so kommen wir zu unserem ersten, nämlich Oberon 1, Gon. Wie gesagt, Oberon war eigentlich ein Doppelsternsystem. Während der eine Planet zur Supernova geworden ist, blieb bei dem anderen Stern nur noch der Kern übrig. Dieser wiederum besteht aus reinem Carbon. Was heute als Supererde klassifiziert wurde, hatte natürlich für viele Menschen und viele Familien einen riesen Anreiz ausgeübt. Weil jeder hatte gehofft, eine reiche Diamantenader zu finden und das große Geld zu machen. Leider ist oder war dem nicht so. Denn bisher gab es nur sehr unergiebige Funde von Diamanten. Dafür wird sehr viel Grafit gefunden. Also für alle, die die Bleistifte herstellen wollen, da seid ihr an der richtigen Stelle. Ja, aber wie gesagt, alle anderen fristen quasi ein hartes Leben. So auch unser Crash Core High Command Mitglied Rob Sawyer. Der kommt auch aus einer dieser Familien, die immer wieder versucht haben, Diamanten zu finden und die letzten Mineralien abzubauen, die es dort gibt. Der zweite Planet in diesem System ist Uriel. Ja, hierzu gibt es eine eher traurige Geschichte. Denn das Ganze ist quasi aus dem Ruder gelaufen, als ein Experiment eines Terraforming-Unternehmens fehlschlug. Das war zu einer Zeit, wo es noch keine richtigen Gesetze im Prinzip gab. Also heute ist das Ganze verboten. Denn damals wollte dieses Unternehmen den Kern so erhitzen, dass dadurch eine Atmosphäre entsteht. Also sie wollten quasi eine geothermale Reaktion erzeugen. Wie gesagt, diese schlug fehl. Dennoch war es damals zu diesem Zeitpunkt so, dass eine grandiose PR- und Marketingaktion dazu geführt hat, dass ganz viele Kolonisten hingereist sind oder hingeschickt wurden. Ja, aber wie gesagt, durch diesen Fehlschlag war es letztendlich so, dass die Familien, die zurückgeblieben sind, heute im Untergrund leben müssen. Es hat sich ein sogenanntes Clansystem entwickelt. Es gibt keine richtige Regierung dort auf Uriel. Und als wenn das nicht schon genug wäre, kam es dann auch noch zu einem Vendul-Angriff auf Oberon. Ja, dieser fand statt, nachdem auch der Vega-Angriff ja vollzogen worden war. Bei diesem Angriff gab es mehrere Tausende von Toten. Und das einzig Gute an der Sache, als ein zweiter Angriff quasi der Vendul stattfand, konnte dieser abgewehrt werden durch Admiral Bishop und seine 65. Kampfgruppe. Die konnten quasi zurückschlagen. Ja, das war damit der erste große Sieg gegen die Vendul. Heute gibt es dort eine hohe Militärpräsenz, die man auch als Ausgangspunkt oder Ausgangs-Area für Angriffe gegen die Vendul nutzen könnte. So, kommen wir nun zu Oberon 3 und 4. Das sind beides Protoplaneten, also quasi übrig gebliebene Masseteilchen oder sie werden auch als Vorläufer eines Planeten bezeichnet, die quasi, ja wie könnt ihr euch es vorstellen, aus der Entwicklungszeit des Sternensystems übrig geblieben sind. Also ich stelle es mir so vor, es sind wie so kleine Klumpen, die zueinander fliegen, kleine Teilchen. Und deswegen sehen sie auch nicht so hübsch aus, sind nicht so klein und rund. Wie gesagt, haben eher die Form eines Klumpen und aber die Größe eines Mondes, also eher sehr klein. Kommen wir nun zu Oberon 5. Das ist ein sogenannter Mesoplanet. Mesoplanet, dieser Begriff stammt vom Autor Isaac Asimov und beschreibt quasi kleine Planeten, die es geschafft haben, eine sphärische Form zu erlangen. Also denen es ja gelungen ist, quasi sich frei zu entwickeln und die Form einer Kugel zu erlangen. Merkur könnte man dazu zählen, wobei sie auch hier ein bisschen Distanz davon nehmen, weil der ganze Begriff noch etwas schwammig verwendet wird. Bei Oberon 6 handelt es sich um einen sogenannten Gaszwerg. Laut einer Studie ist es eigentlich so, dass sie zu den häufigsten oder am häufigsten vorkommenden Planeten in unserer Galaxie gehören. Jedoch der Widerspruch des Ganzen ist, dass in unserem Sonnensystem keine davon vorherrschen. Sherry wiederum sagt an dieser Stelle, also ich möchte gerne mehr Gaszwerge haben bei Star Citizen. Das heißt, wenn ihr also welche im System entdeckt, dann geht das auf Sherry zurück. Ja, ansonsten lässt sich dazu sagen, sie werden auch als Mini-Neptuns bezeichnet, haben einen Radius der 1,7 bis 3,9-fache Größe der Erde, sind kleiner als die Supererde, kleiner als Neptun und natürlich auch kleiner als die Gasriesen. Deswegen heißen sie ja auch Gaszwerge. So, dann kommen wir jetzt zu unserem letzten Planeten, Oberon 7. Das ist ein klassischer Gasriese der Klasse 4 mit einer Atmosphäre aus Kohlenmonoxid. Ja, an dieser Stelle gleich eine kleine Reisewarnung für euch. Ihr solltet dort besser nicht euer Schiff betanken. Ja, es sei denn, ihr wollt ersticken. Also haltet euch lieber fern von diesem Planeten und erkundet ganz viele andere Planeten, die es da gibt. Da sollte ich an dieser Stelle übrigens auch nochmal mit Zorja drüber reden. Ja, daher kommt vielleicht manchmal seine Luftarmut. Oder es liegt auch an mir, wenn ich neben ihm stehe. Keine Ahnung. Egal. Also wenn es euch gefallen hat, ja, lasst uns wie immer ein paar Kommentare da. Daumen hoch, Daumen runter. Wir freuen uns auf die nächste Folge, auf viele weitere Systeme, die wir euch vorstellen können, auf viele weitere Planeten. Wir freuen uns über eure Abos und dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Tschüss, eure Cecilia.